Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir haben auf der Messe in Düsseldorf hier für die Messe eine ganze Reihe von Neuteilen vorbereitet. Beleuchtete Wände, beleuchtete Türen, neue Wandpaneele, die auch den Einsatz von LED und unterschiedliche Bestückungen der Wände mit Stoff oder Holz ermöglichen. Octaval Pro ist ein neues Wandsystem, das auf 80 mm Basis beruht. Und wir mit einer Schnellverbindungsmöglichkeit dem Messebauer die Möglichkeit bieten, in kurzer Zeit den Stand auf- und abzubauen, weil die Auf- und Abbauzeiten immer kürzer werden. Und wir mit einer Wandstärke von 80 mm die Möglichkeit haben, eben auch LED-Wände so unterzubringen, dass sie unsichtbar auch im hinteren Bereich eingebaut werden können. Die LED- und Lichttechnik bearbeiten wir in Zusammenarbeit mit einem Audiovisual-Partner, der große Erfahrung hat im LED-Bereich. Und wir bieten den Kunden die Möglichkeit an, in ihre Konstruktion, in die Octanorm-Konstruktion, die sie planen, die LED-Paneele von unterschiedlichen Herstellern einzuhängen, einzumontieren, so dass man nicht auf einen Hersteller fixiert sein muss, sondern dass man verschiedene Anbieter im Mietbereich verwenden kann, um hier LED-Wände im Messestand zu verbauen. Wurde Ihnen präsentiert von Dein Messestand – Angebote für Messebau